Herzlich willkommen zu einem Video hier auf meinem Kanal. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach und kostenlos mit der Windows-Resolve eure Videos schneiden könnt. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solcher Videos mehr verpassen wollt, lasst ihr auf jeden Fall gerne ein Abo da und schaut natürlich auch gerne auf meinem Tischkanal vorbei. Und ich würde sagen, da zeige ich euch auch direkt mal, wie ihr das ganze Programm runterladen könnt. Und wie gesagt, das kommt mit kostenlos, also dort müsst ihr keinen Cent bezahlen. Und um das Ganze runterzuladen, müsst ihr natürlich als erstes einmal auf die Website gehen. Den werde ich euch auch unten in der Videobeschreibung einmal verlinken. Und wenn ihr hier drauf seid, müsst ihr nur noch ganz einfach auf jetzt herunterladen klicken. Hier gibt es auch keine Werbung, das heißt, ihr könnt euch hier auch nicht einfach verklicken. Und wenn ihr hier aufgeklickt habt, dann bekommt ihr vier unterschiedliche Versionen von Orange Resolve, zwischen denen ihr euch dann am Ende aussuchen könnt, welche ihr nehmen wollt. Zwei Versionen hiervon sind aber kostenpflichtig, und zwar die Studio-Version hier auf der rechten Seite. Die kosten, glaube ich, 300 Euro. Man hat halt ein paar mehr Plugins, aber jetzt nicht wirklich was Wichtiges. Also man kann genauso gut die Videos auch schneiden mit der kostenlosen Version. Da ich habe dann noch die Möglichkeit, entweder die DaVinci Resolve 17 Beta oder die DaVinci Resolve 16 Version zu nehmen. Die DaVinci Resolve 17 Beta ist eine etwas neuere Version, stürzt ein bisschen häufiger ab. Würde ich euch aber trotzdem empfehlen, eher zu nehmen. Dort habt ihr halt das Neueste. Ihr könnt aber genauso dann auch alles mit DaVinci Resolve 16 machen. Die Versionen unterscheiden sich jetzt nicht so extrem krass. Und wenn ihr euch für eine der beiden Versionen entschieden habt, müsst ihr nur noch einmal eure Plattform auswählen. Also Windows, Linux oder Mac OS. Und wenn ihr darauf geklickt habt, müsst ihr noch einmal ein paar Sachen ausfüllen. Und zwar müsst ihr hier einmal Vorname, Nachname, E-Mail, Telefone und Land auswählen. Ist leider so. Ich weiß nicht, warum man das machen muss. Wenn ihr das Ganze ausgewählt habt, dann könnt ihr auch schon direkt auf Anmelden und Herunterladen klicken. Also da ist nichts weiteres dabei. Und ihr meldet euch damit auch nicht bei DaVinci Resolve an. Also wenn ihr das nochmal runterladen wollt, müsst ihr das Ganze nochmal genauso ausfüllen. Dann müsst ihr natürlich DaVinci Resolve einmal installieren. Und wenn das öffnet, dann sollte das Ganze so ungefähr wie bei mir aussehen. Natürlich ohne die Projekte, die jetzt hier drin sind. Und wenn ihr jetzt ein Projekt hier erstellen wollt, müsst ihr einmal unten rechts hier auf New Project klicken. Das nennen wir jetzt ganz einfach mal Test. Sollte natürlich für euch am besten einen Namen haben, den ihr gut wiederfinden könnt. Und alle Projekte, die ihr hier erstellt, werden auch in diesem Fenster sein. Ihr könnt auch unten hier einen Folder erstellen und da rein dann neue Projekte machen. Und so ist es hier wirklich sehr, sehr übersichtlich gestaltet. Wir machen das jetzt aber ganz einfach in die grobe Übersicht erstmal das Projekt rein. Und wenn ihr da auf Create klickt, dann öffnet sich direkt ein neues Fenster. Und jetzt sind wir auch endlich im Schnittprogramm richtig drin. Bevor wir aber mit dem Videoschneiden beginnen, müssen wir also erstmal ein paar Sachen einstellen. Denn wir wollen natürlich nicht, dass wenn unser Schnittprogramm abstürzt, was das eine oder andere Mal passieren kann, dass dann einfach alle Files weg sind. Sondern wir wollen natürlich, dass das Ganze zwischengespeichert wird. Dafür müssen wir einmal oben und links auf der Orange Resolve klicken. Hier unten auf Preferences und dann hier User klicken. Und dann nochmal Project Save and Load klicken. Und dann müsst ihr hier Live Save und Project Backups beides aktivieren. Und ich hätte euch dann empfohlen, hier Perform Backups Every 5 Minutes einzustellen. Ist ein ganz guter Wert dafür. Und hier unten könnt ihr dann auch nochmal eure Location einstellen, wo das Ganze dann zwischengespeichert werden soll. Dann müsst ihr nur noch einmal unten auf Save klicken. Aber eine weitere Sache können wir auch nochmal hier einstellen. Und zwar bei UI Settings sollt ihr Stop Playback when a job frame is detected und Stop Rainers when a frame or clip cannot be processed. Das beides solltet ihr ausgeschaltet haben. Ansonsten kann es nämlich sein, dass wenn ihr am Ende beim Rendern seid, dass dann einfach der Wünsche Solve sehr, sehr schnell abstürzt. Und deshalb lasst ihr es auf jeden Fall aus. Und dann müsst ihr nur noch einmal unten auf Save klicken. Und dann können wir im Prinzip auch schon direkt mit dem Videostein beginnen. Ihr habt hier tatsächlich auch unterschiedliche Möglichkeiten, wie ihr das Ganze machen könnt. Ihr habt nämlich einmal hier eine Cutting Page und ihr habt eine Editing Page. Auf beiden Sachen könnt ihr im Prinzip genau das gleiche machen. Die Cutting Page ist so etwas simpler. Hat man eigentlich ganz viele Funktionen und kann alles auch im Prinzip machen. Aber es ist halt jetzt, zumindest wenn man vor allen Dingen schon mit anderen Videoschnittprogrammen vorher gearbeitet hat, wahrscheinlich jetzt nicht ganz so easy nachvollziehbar. Und ich werde euch das Ganze auch mit Edit zeigen, weil ich tatsächlich diese beiden Fenster hier vorne auch nicht benutze. Bei Media kann man im Prinzip seine Clips zusammenstellen, ist aber im Prinzip unnötig. Ihr könnt genauso auch alles in Edit drin machen. Deshalb würde ich sagen, wir gehen uns direkt hier in diesem Bereich. Und hier wird wahrscheinlich auch noch nicht alles direkt so aussehen. Ihr müsst nämlich hier oben ein paar Fenster aktivieren. Und da braucht ihr den Media Pool, die Effects Library, den Mixer und den Inspektor. Alles aktiviert, damit ihr hier alles sehen könnt. Und dann wird als erstes hier euch ganz viel graue Fläche anschauen. Und als erstes werde ich euch jetzt mal erklären, was die ganzen Fensterbereiche hier machen. In der Mitte hier oben könnt ihr euer Playback sehen. Das heißt, falls ihr Videomaterial hier unten drin habt oder ihr hier an der Seite drin habt, dann könnt ihr das Ganze hier sehen. An der linken Seite ist hier euer Media Pool. Das heißt, alle Dateien, die ihr hier in eurem Video-File oder in eurem Videoschnitt-File drin haben wollt, die werden da oben links angezeigt. Und unten hier in diesem mittleren Bereich ist dann eure Timeline. Das heißt, dort werden die ganzen Clips verschoben, werden die ganzen Edits gemacht. Auf der linken Seite könnt ihr dann hier auch noch Effekte drauf packen. Und hier oben rechts könnt ihr nochmal ein paar zusätzliche Einstellungen treffen. Damit würde ich sagen, beginnen wir direkt mal mit dem Importieren von Dateien. Dafür müsst ihr ganz einfach einmal in euren Ordner gehen, wo dann eben halt eure Videoclips zuschengespeichert sind. Und ich werde das Ganze einfach mal hier in einen Random-File reinnehmen. Und dafür müsst ihr das Ganze einfach per Drag & Drop hier bei dem Bereich hier reinziehen. Ihr könnt das auch direkt unten reinziehen. Würde ich euch jetzt aber nicht empfehlen. Und eine Sache, die ihr am besten auch immer noch vorher machen solltet. Bevor ihr das jetzt aber macht, empfiehlt es sich immer noch vorher auf Project Settings einmal zu gehen und hier die Timeline-Frame-Rate auf 60 FPS zu stellen. Ansonsten wird es nämlich sehr, sehr laggy sein. Bei manchen Clips funktioniert es, dass sich automatisch anpasst. Es gibt aber auch Clips, wo es dann irgendwie nicht funktioniert. Deshalb macht es am besten einfach vorher. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Und jetzt könnt ihr mal wirklich den Clip hier reinziehen. Ich werde dann oben links einpacken. Ist zur Übersicht einfach ein bisschen besser. Ich würde euch empfehlen, dass ihr, wenn ihr mehrere Clips habt, die auch direkt am Anfang vom Videoschnitt alle da oben reinpackt. Und falls ihr noch weitere Bins habt, dann könntet ihr auch direkt da einfügen. Bins sind nämlich ein sehr, sehr praktisches Werkzeug, um den ganzen Workflow etwas zu optimieren. Damit kann man im Prinzip alles, was hier oben drin ist, zwischenspeichern. Und das dann, wie ich es eben halt gerade gemacht habe, dann in anderen Projekten wieder einfügen. Das heißt, wenn man so Clips hat, Memes hat oder Musik im Video immer hat, die immer gleich ist, dann kann man das direkt über diesen Weg da reinpacken und muss dann halt nicht unendlich viele Files direkt da rein importieren. Ist wirklich deutlich leichter. Würde ich jedem empfehlen, der ein bisschen häufiger Videos schneidet, das Ganze zu machen. Wichtig dabei ist, dass ihr das Ganze am besten in einem leeren Projektpfeil macht. Das heißt, es sollte kein richtiger Clip drin sein, sondern nur die Clips, die ihr dann auch in eurem Preset-Ding drin haben wollt. Im Prinzip sah nämlich bei mir mein Preset-Project genau so aus. Das heißt, genau diese Files waren dann in dem Media-Browser hier oben drin. Und da könnt ihr dann im Prinzip alles reinpacken. Und wenn ihr eben halt das Ganze exportieren wollt, dann müsste ich hier einfach auf Export Bin klicken. Und dann exportiert sich alles, was da oben drin ist. Das heißt, ihr solltet da auf jeden Fall auch etwas nehmen, was am besten natürlich wiederkennbar ist. Und so habe ich zum Beispiel bei mir meine Musik-Clips hier drin, meine Transitions und noch so ein paar weitere Sachen drin. Und das wird auf jeden Fall euren Workflow deutlich optimieren. Ihr braucht natürlich solche Bins jetzt nicht unbedingt in eurem Projekt drin zu haben. Es geht auch genauso normal. Aber es würde euch, wie gesagt, natürlich ordentlich etwas erleichtern. Wenn wir jetzt aber wirklich mit dem Video-Stein beginnen wollen, sollte man als erstes einmal einen Doppelklick auf den Pfeil machen, der hier oben drin ist. Und dann öffnet sich das Ganze hier in diesem Fenster. Jetzt können wir auch wieder unterschiedliche Dinge machen. Und zwar können wir das Ganze entweder als ganzes Projekt reinziehen. Dafür müssen wir einfach hier irgendwo in dieses Bild reinklicken und das Ganze dann hier runterziehen. Natürlich ist es aber nicht ganz so praktisch, das immer genau so zu machen. Und deshalb gibt es ja auch noch andere weitere Möglichkeiten, die man machen kann. Und zwar, wenn man hier wieder Doppelklick drauf macht, dann hat man hier unten auch so ein Video-Ding und ein Audio-Ding. Und damit kann man jetzt nämlich auch nur die Videospur oder nur die Audiospuren reinpacken. Ist auch sehr, sehr praktisch. Gerade wenn man so Meme-Clips hat, da braucht man häufig entweder nur Video oder nur Audio. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Und ansonsten kann man hier auch direkt, falls es ein sehr, sehr langer Clip ist, den etwas anpassen. Dafür müsste ich hier unten einfach ganz easy hierbei das Ganze verschieben zu dem Punkt, wo wir hier eben halt hinwollen. Und da müssen wir auf der Tastatur einmal I klicken an dem Punkt, wo das Ganze beginnen soll. Und dann dort O klicken, wo der Clip aufhören soll. Dann wird sich hier so ein Bereich markieren und dann können wir das Ganze reinziehen und wird nur dieser Bereich dann eben halt auch ins Projekt übernommen. Ihr könnt jetzt auch hier oben bei diesem Clip sehen, bei dem wir eben halt reingefügt haben, dass hier so ein roter Strich ist. Und das ist genau der Bereich vom Video, den wir haben. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Das heißt, falls ihr auch solche Preset-Files macht und direkt da die Clips etwas zuschneidet, dann werden die auch immer in diesem Bereich nur reingefügt. Ist auch wirklich extrem praktisch, wenn man so etwas in die Musik importiert, wo man so oder so immer am Anfang und am Ende etwas abcutten muss, damit es eben halt eine cleane Überleitung zwischen den ganzen Songs gibt. Da muss man es auf jeden Fall immer machen. Ich würde sagen, wir kümmern uns als nächster einmal darum, wie man überhaupt jetzt hier Videos schneidet. In diesem Video werde ich euch dafür jetzt auch nicht zeigen, wie man extrem krass Effekte macht, sondern wie ich im Prinzip einfach meine casual YouTube-Videos schneide. Und das besteht einfach nur daraus, dass ich eben halt Schnittpunkte setze und dazwischen eben mal ein paar Clips dann eben halt wieder lösche. Um diese Schnittpunkte setzen zu können, muss man einmal auf dieses Tool hier klicken. Da gibt es ja auch Keybands, die man einstellen kann. Um die einzustellen, muss man oben auf der Range Resolve von der Keyboard Customization klicken. Dann öffnet sich hier ein Fenster und da kann man die ganzen Keybands dann zuweisen. Mir wäre das zum Beispiel auf C und damit könnt ihr dann hier so einen Strich sehen, wenn er über das Video hier rüber geht. Und an dem Punkt, wo ihr eben halt mit dem Strich seid und wenn ihr dann dort halt links klickt, drückt, dann wird eben halt ein Schnitt entstehen. Wenn ihr davon dann zum Beispiel zwei macht, dann könnt ihr auch auf das Stück dazwischen klicken. Dafür müsst ihr natürlich immer zwischendurch wieder hier auf den Selection Mode klicken. Könnt ihr auch wieder einen Keyboard zuweisen. Und dann könnt ihr das Ganze eben halt löschen. Dann gibt es auch wieder Tastenkombinationen, die ihr dafür zuweisen könnt. Und so habt ihr dann schon den ersten Schnitt gesetzt. Das ist aber nicht die einzige Möglichkeit, wie ihr euer Video schneiden könnt. Denn es gibt auch noch hier diese Option, äh, äh, dieses Tool. Das ist aber nicht die einzige Möglichkeit, wie man sein Video schneiden kann. Denn man kann hier auch dieses Tool benutzen und damit kann man dann von der, äh, von der Schnittkante aus in eine Richtung ziehen. Und dadurch kann man den Clip länger oder kürzer machen und, äh, so die Schnittkante eben halt auch nochmal verschieben. Ist gerade, wenn man jetzt keine so großen Schnitte machen will, auch sehr, sehr praktisch. Wenn man das Ganze mit dem normalen Selection Tool macht, dann wird dort eben mal nicht, auch die, werden nicht die restlichen Clips verschoben, sondern man verschiebt nur die Schnittkante von dem einen Clip. Das heißt, wenn man den nach rechts ziehen sollte über den anderen Clip, dann wird der andere einfach überschrieben. Nach links wird dann einfach hier zwischen der Lücke entstehen. Die kann man natürlich auch genauso einfach löschen. Das ist eigentlich auch schon das Einzige, was man machen muss. Daraus besteht im Prinzip das ganze Video schneiden, dass man immer die ganzen Clips aneinander anpasst, Schnittkanten immer setzt und dazwischen natürlich die ganzen Clips rauslöscht. Als nächstes geht es dann nur noch einmal darum, dass man eben mal die ganzen Clips etwas verbindet. Das macht man am besten mit Transitions. Dafür könnt ihr hier links auf Video Transitions klicken und könnt hier eure Transitions ganz einfach reinziehen. Hier gibt es wirklich eine Menge unterschiedlicher Transitions. Ihr könnt natürlich auch noch Plugins zu euch holen, wo ihr dann immer noch mal weitere Transitions habt. Und die müsst ihr dann einfach nur einmal hier zwischen diese Clips ziehen. Sieht man gar nicht, weil die tatsächlich so kurz sind. Und wenn ihr eben mal die noch etwas kürzer oder etwas länger haben wollt, dann könnt ihr ganz einfach an die Seite dieser Transition gehen, die etwas länger oder kürzer ziehen. Und dadurch ändert sich dann eben mal die Länge von dieser Transition. Und wenn wir uns das Ganze jetzt einmal anschauen, dann werden wir eben mal sehen, dass dort eine ganz normale Transition ist. Das kann man natürlich auch noch mit zum Beispiel einem Soundeffekt unterlegen. Dafür kann man ganz einfach hier unter die Audiospuren, die wir hier haben, so einen Soundeffekt legen. Und dadurch würde sich das Ganze dann auch mal etwas besser anhören. Und das ist eigentlich das Einzige, was man immer machen muss. Ich habe tatsächlich für meine Videos immer vorgefertigte Transitions, die nicht von der Winch Resolve selbst stammen. Wenn ihr wissen wollt, wie man das Ganze macht, kann ich gerne ein Video zu machen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das habe ich mit Adjustment Layers gemacht. Und die muss ich dann im Prinzip nur so zurecht ziehen. Und dann ist das Ganze auch eine Transition, die eben halt im Prinzip genauso gleich funktioniert. Wie gesagt, müsst ihr aber nicht machen. Reicht auch, wenn ihr hier ganz einfach mit den Transitions arbeitet. Und ihr könnt euch dann auch, falls ihr eine Transition sehr, sehr häufig benutzt, hier einen Rechtsklick darauf machen und dann Set as Standard Transition darauf klicken. Und dadurch könnt ihr, wenn ihr hier einmal zwischen zwei Clips geht, dafür nehmen wir am besten mal hier die nächsten zwei Clips, beziehungsweise stellen uns einmal einen Schnittpunkt. Wenn ihr jetzt nämlich hier einmal raufklickt, dann wird das alles grün markiert. Und wenn ihr dann einen Rechtsklick darauf macht, dann könnt ihr hier Add 14 vor den Frame Cross-Dissolve oder natürlich auch unterschiedliche Framelänge davon machen. Und wenn ihr darauf klickt, dann wird eben halt eure Standard Transition darauf gefügt. Ihr könnt natürlich auch nicht nur für euer Video eine Standard Transition setzen, sondern auch noch für euer Audio eine Standard Transition setzen. Und die wird dann ganz einfach direkt über alle eure Audio Clips gesetzt. Und so könnt ihr dann eben halt instant auf alle Clips eine Transition setzen. Das benutze ich vor allem immer am Ende des Videos. Das ist gerade nochmal zum Abrunden so 14 Frames. Davon auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Ich benutze diese Standard Transition zum Beispiel am meisten hier fürs Ende vom Video, damit das Ganze etwas abgerundet ist, dass es immer nicht so ein harter Cut am Ende ist. Viel mehr muss man hier auch beim Schneiden gar nicht machen. Es gibt noch unterschiedliche Dinge, die man hier einstellen kann. Und zwar hat man noch eine Option für Magneten und fürs Linking. Mit den Magneten, wenn man den angeschaltet hat, werden eben halt die ganzen Clips aneinander ran snappen. Das heißt, wenn ich das jetzt wegziehen sollte und hier so nah ranziehen sollte, dann wird es eben halt irgendwann so rüberspringen. Ohne den Magneten kann ich das einfach viel genauer ziehen. Meistens ist er mit Magneten besser. Und mit diesem Linken kann man dann eben halt die Audiospuren von der Videospur trennen. Könnt ihr genauso aber auch machen, wenn ihr hier eben halt das alles einmal markiert und dann Linkclips unten ausmacht. Ist meist nur leichter, wenn man das Ganze einfach hier oben rüber macht. Und dadurch kann man dann eben halt alles ein bisschen individueller auch nochmal schneiden. Als letztes mache ich dann eigentlich immer noch hier ein bisschen Musik unten drunter. Dafür gehe ich hier in meine vorgefertigten Ordner und ziehe das Ganze eigentlich einfach nur noch hier rein. Dafür ziehe ich hier meine Audioclips eigentlich nur noch rein, beziehungsweise gebe natürlich einmal immer ein In- und Out-Point ein, damit die eben mal nicht so abgehackt und ein bisschen Kdina klingen die Übergänge. Einfach wieder mit I und O das Ganze machen und dann das Ganze hier unten einmal füllen. Damit sind wir eigentlich schon mit dem Videoschnittpart durch. Als nächstes muss man das Ganze nur noch einmal rausrendern. Damit sind wir eigentlich auch schon mit dem Videoschnittpart durch. Als letztes müssen wir das Ganze noch einmal rausrendern. Dafür müssen wir einmal rechts hier unten auf Deliver klicken. Und dann müssen wir hier ein paar Sachen noch einstellen. Als erstes brauchen wir einen Namen natürlich für das Video und müssen einmal den Zielort auswählen, wo das Ganze hin exportiert werden soll. Nämlich hier meine klassischen Ordner, wo ich das immer hin packe. Und dann müsste ich hier noch einmal das Format einstellen. Ich würde MP4 am besten natürlich empfehlen. Und dann könnte ich hier noch einmal eure Qualität einstellen, wie gut immer das Ganze am Ende aussehen soll. Umso höher ihr das stellt, desto größer wird natürlich am Ende auch das Video. Das heißt, wenn ihr ein kleineres Video wollt, geht ihr auf Low oder Medium. Falls ihr die beste Qualität für YouTube haben wollt und eine gute Internetleitung habt, dann würde ich euch eher High oder am besten natürlich Best empfehlen. Wenn ihr es hier ausgewählt habt, müsst ihr noch einmal auf Add to Render Queue klicken und das Ganze einmal rendern mit hier Render All. Und dann wird das Ganze einmal durchgerendert. Falls ihr es aber noch gar nicht rendern wolltet, dann müsst ihr hier einmal ganz einfach auf Stop klicken und dadurch wird das Ganze gecancelt. Wenn ihr das Ganze aber durchgerendern lässt, dann wird das Ganze eben halt in genau dem gleichen Ort sein, den ihr hier links ausgewählt habt. Und damit sind wir dann auch schon mit dem Video fertig. Ich hoffe, euch hat auf jeden Fall auch dieses Tutorial gefallen. Schreibt mir immer gerne Feedback unten in die Kommentare und hoffe, ich sehe uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.